guten morgen fahrrad fahren und quatschen mit vollem magen ist echt kacke heute habe ich mir wieder etwas richtig cooles ausgesucht und zwar habe ich zufällig bei komoot ein altes braunkohlekraftwerk gefunden also ich weiß nicht ob das fertig gebaut wurde oder ob das nur so halbwertig ist auf jeden fall mega geil heute beamer da oben 277 kilometer und ich kacke heute die 12.000 kilometer dieses jahr so jetzt kann ich euch mal ganz grob die lupin slaf zeigen also es wird jetzt nicht nur halloween gravel und auch night ride nein es wird jetzt sogar noch ein anstieg und übrigens wenn man nebenbei podcast hört es ist irgendwie schwer zu quatschen also das finde ich persönlich an komoot einfach so richtig geil also du bist schon auf dem track und auf dem trail und dann heißt es jetzt links abbiegen und jetzt bei dem laub ist es halt noch schwerer und da ist es schon ziemlich nice hey das ist der perfekte wie oft sage ich ja nicht das ist der perfekte tag aber es ist wirklich ein schöner tag 31 oktober und offiziell winterzeit auf der heutigen tour wird es mal nicht so viel auf und geben also denke ich es ist halt mehr radwegstraße keine ahnung was aber das ist glaube ich ganz okay wenn man strecke machen will und ich finde es übrigens richtig meditativ durch trockenes dörd zu fahren ich weiß nicht also abgesehen davon dass ich ja eigentlich gravel fahren wollte aber hier hinter fürst waldelbergenbrück richtung doppelbiskow also zur oder gibt es absolut geile waldwege also man ist nur im wald unterwegs man sieht kaum radfahrer na gut vor allem diese jahreszeit das flasht mich total aber ich finde es übelst nice übelst geil ich und die höhere mitte so 105 kilometer auf der uhr ich hatte gerade pause kuchen also ich denke mal es ist wie im bundestag man soll essen wenn man essen kann und ja weiter geht's ja hier war gerade eins meiner kleinen highlights ja aber ich mache so viel auf der uhr ich kann mir echt nicht erlauben so oft anzuhalten tatsächlich finde ich diese schrotter piste gerade übelst unangenehm einfach mal halle kies stört mich gar nicht so aber hier sind ständig so eine kacklöcher und deswegen wird das noch boah das schaut gut ein schon richtig durch ja oder nice der kanal oder radweg irgendwas aber weiß ich nicht schon nice ne noch ein kilometer bis zur oder und ich glaube da will ich hin ich bin jetzt also auf jeden fall bin ich jetzt kurz vorm kraftwerk bin jetzt hier da ist die oder und ja bis gleich voll verarscht hier ist gar keine oder also jetzt aber ja zum glück war hier so ein kleiner schöner kampel fahrt ja also die deutsche seite ist auf jeden fall besser da gibt es einen richtig nice radweg die polnische seite da habt ihr vielleicht letztens ein video gesehen das habe ich immer noch nicht geschnitten aber das werde ich wohl vorher hochladen und da kommt man da hinten überall lang da ist ein richtig naja das ist ein gravelradweg also erst hat man schotter dann hat man einen radweg und dann hat man richtig nice asphalt richtung slobice auf jeden fall ja die oder ist schon ich finde es cool also wenn ich das bei kamot richtig verstanden habe wurde dieses ding nie zu ende gebaut also wie gesagt das ding wurde glaube ich nie zu ende gebaut deswegen gibt es natürlich hier auch nicht ganz so viel zu sehen also natürlich ist es ein hingucker aber außer ja schutt gut im zementwerk hat man auch eine schutt gefunden aber es ist halt wir sind halt hier noch weiter außen von daher ja was soll hier passieren auf jeden fall übelts witzig selbst hier am ende der welt kann es passieren dass man nicht alleine auf so einer ruine ist und ja gut mal eine coole unterhaltung hat ich habe jetzt 136 kilometer letzte ist 20 vor 3 ja noch ein bisschen was offen und ich könnte gegen 9 zu hause sein größte herausforderung wird glaube ich das spielsee weil wenn ich das richtig verstanden habe ist eine fähre eingezeichnet und ich habe da auch keine brücke gesehen also ja von da entscheidet sich dann wie ich fahre ist schon schön hier für mich ein bisschen ja dügelig und ja ich habe ein einziges problem immer so der rechte fuß bei spd pedalen oder ja ich weiß nicht ob das an dem schuh liegt da tut mir dann irgendwann jetzt nach 100 kilometer überhetzt weh und ich muss ein paar meter gehen das ist doch einfach nur geil endlose straßen, radwege es sei denn da kommen wir hier drauf und wo steckst du gerade? in der Bredouille oh Frankreich, schön aber im ernst, also egal was ich jetzt mache ich habe noch 110, 120 km nach Hause ich habe nicht mal die option abzukürzen einfach mal ja ich bin ja am ende der welt und ja 270 kilometer reisen sie sich nun mal nicht mit einer Arschbacke ab aber ich habe ja die Lopeinen dabei das heißt ich habe wenigstens ein flieges Licht so Malte jetzt kann ich auch mal Fähre fahren richtig nice mein größtes problem hat sich eigentlich erledigt ich habe die letzte Fähre bekommen ja Glück gehabt, aber ja sonst wäre ich anders gefahren irgendwie übelst geil allerdings heißt es auch die Zeit wird knapp es wird demnächst dunkel schrecklich Brandenburg ist komplett im Halloween Rausch aber ok die Kinder freuen sich Süßigkeiten naja so jetzt kann ich euch mal ganz grob die Lopeinen SL AF zeigen reicht auf jeden Fall ich habe nur den kleinen Akku jetzt dabei der müsste vier Stunden hoffentlich länger halten und schauen wir mal ja also wie es aussieht war es das mit dem Sonnenvergang ja 190 kilometer und ja ich komme nach hause definitiv also es wird jetzt nicht nur Halloween graveln und auch ein Night Ride nein es wird jetzt sogar noch ein Anstieg wie nice oder übrigens habe ich gerade das Fernlicht von der Lupine an und man sieht schon eine ganze Menge zu geil einfach mal nachts im Wald sein Garmin anschreiben weil es dir erzählen will du hättest nicht verfahren bis dann aber anscheinend doch richtig und ich boah ha Punkt Lendung tadaa wie schön ich bin hier doch am Arsch der Welt also ich bin gerade am Lachen und am Heulen weiß ich nicht was was habe ich mir da zusammen gebastelt boah das wird ja nicht besser also ich schätze wir sind gerade beim Hauptteil vom Video angekommen und ich dachte echt der Hauptteil wäre vorbei ja also wenn das so weiter geht kann ich mich echt beim Mammutmarsch anwenden ähm ich weiß warum ich mir das ganze hier antue hier ist eine Aussichtszumme die ich eingeplant habe ja jetzt weiß ich warum ich mir das ganze auch angetan habe ich denke nicht dass es sich jetzt lohnt da hoch zu gehen weil ja so so viele Sterne sind da nicht ne so jetzt seht ihr mal im Turm mir das Licht ich bin jetzt naja erste Etage und es lohnt sich echt nicht jetzt noch weiter hoch zu führen ohne Taschenlampe sehe ich da echt nichts und ja mein Handyakku ist bei 20% von daher let's go der Hase ich weiß nicht ob man das sieht ne es geht da richtig steil bergab und zum ersten Mal habe ich echt Angst mir alle Knochen zu brechen scheiße fuck off alter alter scheiße digga ich weiß nicht wie gut man das sieht ne also es wird garantiert nicht so fucking wahr also das geht richtig bergab und die Wurzeln und ich hab tatsächlich richtig Schiss boah ist das geil hey so diese Anstiege Abstiege hab ich überwunden so meine Geschichte nähert sich dem Ende nach 50 Kilometer nach Hause ja reicht dann auch also ich bin so ein Vollidiot ne hey ich weiß grad echt nicht ob ich das bei Kilometer 260 gefilmt habe auf jeden Fall ging bei Kilometer 260 meine Lampe aus und ja das war für mich einfach mal der Schreck des Lebens ne weil ja ich hab den Akku komplett falsch eingeschätzt dieses blaue Leuchten heißt wie voll der ist und als die Lampe ausging war der immer noch blau und ja ich bin zum Glück die letzten 15 Kilometer mit der Reserve gefahren von der Lampe habe jetzt noch 5 Kilometer nach Hause und das war glaube ich mit einer der schlimmsten Momente der Tour und ich bin nicht zu Hause 82 Kilometer 1179 Höhenmeter äh stolz und ja Fazit erstmal habe ich die Dunkelheit komplett unterschätzt also ich habe bewusst den kleinen Akku mitgenommen aber ich dachte ja das reicht schon dann habe ich die Akkuhanzeige falsch eingeschätzt ich habe dann noch mit meinem Fernlicht rumgeasst ja Kilometer 260 auf einmal geht die Lampe auf ich glaube das war heute der größte Schreckmoment überhaupt für mich und ja zum Glück hat die letzten 20 Kilometer dann noch die Reserve vom Akku gehalten dass ich weiterfahren konnte also alternativ hätte ich mir wohl das Rücklicht an den Denker geschneit weil ja ich kann auch kein Handy nutzen oder kein Handylicht weil das Handy war auch fast alle und definitiv ein richtig cooler Tag also ich bin glaube ich um 7.30 Uhr gestartet jetzt ist es halb 10 und ja wie gesagt ich habe die Dunkelheit komplett unterschätzt ich war froh dass ich die letzten 40 Kilometer fast nur Rückenwind hatte da war ich wirklich dankbar bin das ganze Ding mit 40er Reifen gefahren wie gesagt also es waren auch viele Gravel Passagen mit drin ja ich habe das wirklich falsch eingeschätzt also hätte ich gewusst oder hätte ich von vornherein gewusst dass es doch so früh dunkel wird dass ich länger brauche also ich habe die Zeit mal wieder völlig unterschätzt hätte ich vielleicht von vornherein anders geplant aber absolut geiler Tag und damit Tschüss bis wenn jetzt bis